Der andere muss halt bei den Gluten und fast schon bluten Und hast Probleme mit Laktose Nachher geht dann Milchreis in die Hose Doch welche Allergie sie je bei dir entdecken Da geht's ja superfood, es wird dir alle schmecken Schäferlern am Zaller, oh yeah Für Schäferlern, da lass ich alles steh'n Hast mit Laktose, du kein Leider Hast mit Butter sie in Räuber Ist dein Blutdruck nicht zu weit oben